So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life. Wir haben es gerade 11.03 Uhr oder so. So genau weiß ich das nicht. Und wundert euch nicht, warum ich so früh aus hab. Ähm, das war... Ähm, sozusagen der Zeugnistag. Danach haben wir es mal schön frei. Und ich bin beim Zeugnis ganz zufrieden. Also, ich hab nichts gegen einzuwehren. Hätte vielleicht besser sein können, aber... Naja. Die Kiste können wir schieben, aber ich mach's aber kaputt. So. Ist das eine Lüftungsschacht? Ja. Da gehen wir aber noch nicht runter. Ich werde erstmal mich hier umgucken. Ich werde diesmal, oder heute, etwas länger aufnehmen. Da ich genug Zeit hab. So, gucken wir uns hier erstmal um. Circa... Ja, vielleicht will ich viel lang nicht aufnehmen. Nur mal gucken. Was soll da dabei rauskommen? Ich glaube, wir müssen gleich lang. Nein. Tschüss. Ähm. Das führt uns nur wieder... Fuck, 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 fuck. Die sind die gar nicht unter der Strom? Ich hab grad keinen Stromschlag bekommen. Naja. Egal. Nö. Nö. Also... Wo kommt der denn her? Was will der überhaupt gegen mich machen? So, wir müssen anscheinend hier runter. So, wie's aussieht. Und jetzt müssen wir uns ducken. Ich greif mal... Zur Schurflände. Die ist ja... Eigentlich ganz gut. Ich will nicht wissen, wo ich grade bin. Äh. Lieber nicht. Lieber nicht. Wo bin ich denn? Wieso komm ich nicht durch? Jetzt. So. Ja, und aus dem Grund... Wollte ich dann eben doch zu Schurflände greifen. Ähm. Weil... Diese blöden Dinger... Nein, nur Nerven. So. Hier sind Lüftungsschächte. Die ist nicht kaputt. Man kann ja den kaputt machen. Ja, der sieht ein bisschen... Ein bisschen komisch aus. Nur kann ich auch nicht kaputt machen. Was ist denn das? Wo sind wir hier eigentlich? Ah. Na egal. Ähm. Ähm. Komisch. Ist doch gar nichts. Was bringt das denn, wenn ich jetzt hier bin? Mal so ein bisschen umgucken. Dürfen wir nichts auslassen? Ja, ne. Ist nichts. Komisch. Na egal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wozu das gerade da war. Aber egal. Wir müssen hier irgendwo lang, lang, bloß... So. Ähm. Ich hätte da nochmal so... So eine... Wow. Ähm. Ja, ich hätte da nochmal so eine kleine Idee. Weil er hat einen Gegner. Nö. Versuchen wir es nochmal hier. Glaube ich nichts, aber... Vielleicht irgendwo anders. So. Gehen wir mal hier hin. Aua. 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 Ja, hier scheint es... Scheinbar richtig... Ne. Oder? Aua. Aua. Was? Äh. Die campen da vor sich hin. Fail. So. Ja, der trifft mich von hier hinten. Schön, dass er mich von da trifft. Ich treffe ihn von da aber auch. Na, noch... Na toll, warte mal. Ich kill mich, ich kill mich. Weil... Fuck. Oh, nee. Falsch gedrückt. Ähm. Der ist tot. Was war das? So. Wenn... Die doch schon mal tot. Äh. Ich glaube, die können sich... Teleportieren. Oje. Oje. Tot. Ich muss sagen, die gehen recht einfach tot und... Wir sind... Uuuh. Uuuh. Uuh. Alter. Ich wusste, dass da sowas kommt, aber... Dass die von der Decke runterspringen? Ach. Na gut. Ah. Ach du Scheiße. Na gut. Ich denke mal, wir sind hier schon... Ähm... Richtig. Gut, dass die Dinger nur einen Schaden machen. Und... Schön, dass da ein Geschütz ist, ey. Das ist doch sowas an nett. Ne? Es ist immer noch da. Aber wie machen wir das ein bisschen ausschalten? Ey, das ist unfair. Ja, komm. Töte mich. Töte mich. Toll. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, wie beschissen ist das denn? Wir schmeißen mir die Granate nicht direkt ins Gesicht. Das ist echt... Funny. Das ist echt lustig. Na, komm her. Das ist irgendwie scheiße, wenn man weitergekommen ist, aber... Dann doch noch aufgehalten wird, das ist... Nicht so toll. Aber... Naja. Wartet mal. So, da war doch hier noch... Irgendwas. Da, wo dieses Holz vor ist. Da würde ich gerne auch nochmal reingucken, was da so drin ist. Oder vielleicht... Ist da ja was, was mir helfen könnte. Gut. Ich bin hier hingegangen. Ich werde aber erstmal... Hier einbrechen. Oh. Barney. Stimmt. Ich bleib hier und bewache. Alles klar. Los. Okay, ich werde das Gebiet sichern. Komm mit. Okay, ich werde Deckung geben. Komm mit, Barney. Barney. Hier ohne mich weiter. Nächst wie raus hier. Komm her. Ja. Und so hat man einen Freude und Helfer. Der ist zwar nicht so gut, aber ich habe herausgefunden, dass... Na gut. Ein gewisser Freund... Hat mir geholfen und verraten ihm an... Äh, was man mit dem machen kann. Ähm. Ja, kannst du mal weggehen, Barney. Danke. Und... Ich glaube, wir können gut für Ablenkungen sorgen. Komm, Barney. Äh. Äh. Irgendwas stimmt ja nicht. Hm. Das ist jetzt ein... Bisschen schwer. Barney, lauf! Kannst du bei den Grabstellen stehen? Barney! Barney! Hör auf! Hör auf! Barney. Dafür konnte ich nichts, aber... Ich habe dich leider mit einer Granate getroffen und das mich... Wolltest du mich töten. Tut mir leid, Barney. Fail! Ach, leck mich doch am Hintern. Am Stör. Ein Leben! Wow! Imba. Imba. Alter. Ach, das ist wieder mal so eine hübsche Stelle. Die wirklich kacke ist. Muss ich echt mal so sagen. Nein, 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 nein! Uuuh. 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 Am besten schon schön langsam und vorsichtig. Nach vorne dringen. Und... Da muss man... Auf der Stelle muss man wirklich aufpassen. So. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was hier so hinten ist. Nichts, ne? Ja, ich wusste, was hier ist. Nichts. Blöd. Einfach nur blöd. So. So. So werde ich Barney nicht killen. Oder versuchen jedenfalls, nicht zu killen. Ich weiß nicht, wie ich das Geschütze schon will. Am besten speichere ich gleich. Oh je. Hallo, Barney, hast du mich gerade abgeschossen? Ey, das ist doch nicht... Ist klar. Ab durch die Mitte. Komm mit, komm mit. Barney. Bis später. Nein. Okay, warum nicht? Komm mit. Du wirst sowieso nicht alleine abkratzen. Ja, ne Barney? Zusammen abzukratzen macht es so viel besser. So. Ich speichere gleich erst mal wieder. Was könntest du gebrauchen? Egal. Das war's.